hallo und herzlich willkommen zu einem neuen spiel hier ist wieder eure cookie jolly oder ja gesagt aber schlecht ist er im sammeln und filmen wie ihr seht habe ich den perfekten heute da habe ich mitgemacht und den zeige ich euch heute mal aber vorher melde ich mich an also logge ich mich ein bis dann so da bin ich wieder ich zeige euch jetzt mal so die map also das ist halt das baum hier gibt es halt diese mini spiele hier bis jetzt sky wars zwei maps und die zahne ist auch wieder da die cookie die ja was jetzt was machen das ist der shop falsch richtung ja was soll ich sagen es gibt halt viele sachen die man machen kann nämlich einmal hier zu fahren weil so viel bei der baumwelt und zu platt welt können wir einmal zu platt welt gehen und hier seht ihr schon halt schon mein briefkasten und hier ist das vollbrachte werk das ist bis jetzt noch nicht fertig das kommt halt dann noch ja das ist halt aus jetzt bin ich alleine es kommt jetzt durch den regen das ist jetzt so richtig legge ist ich habe ein dicker pack drin ihr könnt ihr auch gerne mal so gucken ich werde vielleicht so ein roleplay projekt machen und hier mit ein paar freunden die halt da sind die beiden die ich gerade schon erwähnt habe mit charge crafter und sonny die sind beim projekt dabei also ich denke noch dass sonny dabei ist das muss ich mir angucken das ist nicht gut ja ihr seht gerade ich bin hier gerade sehr beschäftigt mit halt dass sie machen ich bin die zeit daran bauen weil ja genau ich fand ich habe hier unten angefangen gehabt und jetzt ist noch mein w-lon ausgegangen so wie gut anscheinend will uns deshalb nicht gehen wir halt auf einen anderen ja hier gehen wir die server werde ich euch vielleicht verlinken je nachdem ja ich weiß jetzt nicht kurz an und da bin ich auch wieder ähm ähm Report. Nein, nein. Okay. Ähm. Ach, ich geh jetzt einfach. Ähm. Ähm. Games-Konsole. Ähm. Ich geh weg. Es gibt Wort P-E, äh, Frippled. Nader, ähm, City und der Shop. Gehen wir mal zu City. Ähm. So, gehen wir mal nach Hause zu mir. Schlecht. P-Home. Ähm. Das ist bis jetzt mein GS. Cookie Jolly's Dreamhouse. Ähm. Ja, er steht halt noch nicht ganz. Ähm. Ja, halt zur Zeit. Gerade so ein bisschen. Ähm. Ich hab' jetzt mehr Bruchstein, als ich benötigen will. Ich brauch' nämlich eigentlich jetzt Eichenholz. Um nämlich die Pfähler hier weiterzumachen. Ähm. Ähm. Es gibt halt verschiedene Sachen hier. Ähm. Nimm mal einmal die Cloud-Welt hier. Der. Warte. Der. Der Mino und ich haben uns halt getroffen gehabt. Und am Anfang, also, war halt Minder-Nacht. Und, jo. Mein Spiel mag mich nicht. Aber, jo. Äh. Halt. Wurden halt nicht akzeptiert. Also, wir waren halt alleine auf dem Server. Und, ja. Was soll ich das sagen? Es gab halt verschiedene Situationen, in denen ich halt gut war. Und halt in denen ich nicht gut war. Und ich war halt gut in, ja, gar nichts. Also, er hat mir halt den Server gezeigt gehabt. So, abends da. Obwohl ich schon wusste, was ich da machen musste. Weil, äh, ich den Server schon kannte. Und weil ein Freund mich drauf angesprochen hat, ich soll den mal eintippen. Äh, eintippen. Habe ich dann auch getan. Und, äh, hinterher, ja. Und, kam er dann drauf und, meinte so, willst du bei mir wohnen? Oder in der Nähe wohnt? Und ich so, ja, ähm. Habt ihr eh noch keinen Plot? Und, ja. Dann ist das halt entstanden. Ähm. Ich war, war halt noch richtig am Arbeiten. Wir haben das ganze, so, Squat-Haus da ganz hoch gebaut. Ähm, mein Haus muss ich auch noch bauen. Ähm, das ist aber auch noch nicht fertig. Das, da fehlen auch noch ein paar Stockwerke. Und, ja. Mhm. Aber das werden mein Freund und ich halt selber bauen. Nicht so wie bei dem Squat-Haus. Da haben wir WorldEdit benutzt. Und, ja. Wenn ihr Fragen dazu habt, was wir so machen könnten oder ihr, äh, was wollt, was ich spiele, ähm, dann sagt mir Bescheid und machen mir die Kommis. Ähm, ja. Und da ist auch schon ein Kron-Kron-Kron-Kron-Kron. Komm, der Mann. Okay. Das ist ja gut. Oh, das ist klar. Ja, ähm, schön geht das auch nicht. Aber egal. Und ich hoffe, dieses kleine, kleine Infovideo, was ich zurzeit mache, hat euch geholfen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß und bis zum nächsten Mal.